Herzlich Willkommen im Hotel Ritter Durbach. Es ist an der Zeit, sich von einem einzigartigen Hotel begeistern zu lassen. Hotel Ritter Durbach. Tradition, bezaubernd, modern. Familie Müller und die Rittersleut heissen sie herzlich willkommen. Willkommen in einem Haus, wo auf angenehme Art und Weise nichts dem Zufall überlassen wird. Wir nennen es nicht Perfektion. Wir nennen es Gastfreundschaft. Hier ist nicht nur der Inhaber der Gastgeber. Jeder einzelne der Mitarbeiter fühlt sich persönlich für den Gast verantwortlich. Sie sind nicht Gast des Hotels, sondern vielmehr Gast der Menschen, die hier um ihr Wohl besorgt sind. Im Hotel Ritter Durbach befinden sie sich immer in guter Gesellschaft. Mit Ritterprominenz aktueller und vergangener Tage. Direkt an der Badischen Weinstrasse im Weinorte Durbach gelegen, paart sich Weinidyll und Tradition mit feinster Kochkunst und Seelenruhe im Spa. Dazu zeitgemäße Wohnkultur. Ein wohltuendes Ambiente mit warmen Farben und edlen Materialien bieten Ihnen die kleinen und grossen Zimmer und Suiten unseres Hauses. Bei 60 Zimmern und sechs Kategorien sollte für jeden Gast das passende Zimmer dabei sein. Der Ritter Spa bietet auf 600 Quadratmetern ein einzigartiges und ganzheitliches Weinkonzept, von der Kosmetik bis zu den Anwendungen. Fünf Saunen, Bibliothek, Fitnessbereich, Softpack, Pool, Whirlpool, Solarium, zahlreiche Anwendungsräume und auch hier professionelle Gastgeber bilden eine grosszügige Basis für Ihr Wohlbefinden. Gönnen Sie sich und Ihrem Körper erstklassige Massagerituale, hochwertige Gesichts- und Körperbehandlungen sowie medizinische Therapieformen. Lassen Sie sich verführen, loszulassen und wieder ein kleines bisschen mehr Zeit für sich selbst zu finden. Unser Haus hat sich dem Wein verschrieben. Wie könnten wir auch anders in Deutschlands höchst prämiertem Weinort Dorbach. Probieren Sie traditionell Flammkuchen oder frisch aufgeschnittenen Schinken aus der Region. Im Ritterkeller sitzen Sie im Gewölbe oder umrahmt von über 550 Weinen aus aller Welt mitten im Weinkeller. Die uralte Ritterstube verbindet gutbürgerlich badische und elsässische Küche. Hier sassen schon Helmut Kohl und François Mitterrand, um genau dasselbe auf politischer Ebene zu tun. Das gastronomische Highlight wird im Restaurant Wilder Ritter gesetzt. In Stil von modernem Ambiente, im bewussten Kontrast zu Keller und Stube, bitten wir Sie zu Tisch für ausgefallene Kompositionen der Spitzenklasse. Alles für Ihren Genuss. Lassen Sie sich begeistern vom Angebot der Ortenau, Dorbach und der Badischen Weinstrasse. Besuchen Sie den Hochschwarzwald, das Elsass, Straßburg, Baden-Baden oder Freiburg. Das Hotel Ritter-Durbach bietet Möglichkeiten für fast jeden Rahmen. Ob Hochzeit, Oldtimer-Ausfahrt, rauschende Feste oder einfach nur Zeit zu zweit und reinen Genuss. Was auch immer der Anlass sein soll, es ist Zeit, sich begeistern zu lassen. Herzlich Willkommen im Hotel Ritter-Durbach, wo Tradition bezaubernd modern gelebt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017